hihihi gibts ja beim letzten das gibts nicht das ist weil du nen Goldapfel im Inventar hast hihihi fall runter ok warte ich will dich nicht killen von daher lass ich das jetzt mal AUH NEIN NICO ok dann kill ich dich oh jetzt dreh ich durch hier Keine Ahnung warum, aber ich hätte einfach mal Lustiges bisschen zu schlagen. Warte, warte! Geht schon! Hä? Euer Ernst? Alter Niko! Alter! Na! Ich bin gleich tot, ne? Möchte mir jemand mal einen Goldhandel geben? Alter Niko! Leute, möchte mir jemand mal einen Goldhandel geben? Ne. Es reicht jetzt ohne Scheiß! Du stehst hart nach Maki! Mach den Aimpot aus, du Spinner! Ey, Schummler! Dann greife ich Jeremy Pascal, äh, Johnny Boy an. Nein, das ist mies! Ja komm, jetzt lass ihn ganz normal machen. Ja. Kannst du mich hier sehen? Alter, was geht da oben ab? Ja, warte. Na, das sind so Teile mit so, hm? Krank, danke. Niko, du stinkst einfach nach! Du weißt du, das war so ein ganz normaler Schlag, weißt du so, das normal so? Hallo! Ich bin vielleicht auch in die Huren-Söhne! Du darfst hier nach Dich auch? Hä? Das ist... Du hast hier doch nicht geschafft! Ja, dann teleport... Fick dich, Alter! Hä, wieso? Jetzt teleportier mich, du vergehört! Ich war am Boden, du Spastil! Ja! Du musst mich doch erst mal... Du musst doch erst mal... Du musst doch erst mal... Hä? Wieso? Du kannst mich sofort teleportieren, nachdem ich... Jetzt wird solche kleinen Huren... Hä? Hä? Mach gleich Deutsch! Mach einmal und ich mach jetzt Deutsch! Boah, jetzt... Kubi, jetzt mach noch... Mach gescheit, ey! Kubi, du Mongo! User disconnected from your time! Oh, was denn?! Du vertreibst immer die Menschenmassen! Hä? Ey, gar nicht! Das ist voll die Pussy! Ist bei Level 50! Lässt du mich nicht rein? Gut, ich kann ja einen Gold-Apfel nehmen, dann ist doch kein Problem! What? Loll! Aber im Endes, hör auf mit dem Gold-Apfel-Scheiß! Ernsthaft! Hä? Warum?! Weil! Weil? Weil das scheiße ist! Das ist voll lustig! Scheiße! Nur weil du nicht weißt, wie! Ja, erstens Sister und zweitens ist es gegen die Regeln! Sag niemand! Das ist Legitim von Minecraft! Aber illegitim in Adventure-Map! Ne! Ach! User join your channel! Hallo! Alter! Nö, dann nehme ich jetzt einen Gold-Apfel! Können wir jetzt mal die Felder nünftig machen? Weil ich nicht versuchen, die ganze Zeit zu freuen! Ja, du darfst auf die Ding wieder hoch! Gubi! Wie komm ich jetzt hoch? Wie komm ich jetzt hoch? Gubi! Ja, dann müssen wir auf Done warten! Ja, dann müssen wir auf Done warten! Ja, müssen wir! Ja! Müssen wir dir noch vorbereiten! Äh, lol! Ich bin doch im Kreativ! Man merkt das manchmal gar nicht, gell? Ey, die Challenge ist voll cool, gell! Das bockt sich voll mit den, äh, Sprung-Boost! Ich bock auch! Nee! Jan, kommst du jetzt nochmal rein, oder nicht? Hm... Sie sind auch ganz die... Nö, ihr mich nicht die ganze Zeit teleportiert, die kleinen Huren? Nein, Quatsch! Nee, wir porten dich einmal, beziehungsweise ich port dich einmal! Ja, ich dich auch einmal! Oder? Nach dem Sensor! Du stehst 100 Blöcke in der Luft, ich 5, und dann portest du dich, äh, portest du ihn einmal, und danach ich! Okay! Hast du das, wenn ich falle, und ihr mich dann teleportiert auf den Boden, dass ich dann genau den Schaden nehme? Ja! Ja! Ja? Ja! Ja, dann kriegst du halt einen Schaden von 100 Blöcke runterfallen! Deswegen musst du ihn abfallen! Mit Stein! Ja! Ich lieg schon mal ganz hoch! Sieht voll geil aus, das wird... Das wird voll der Erdball! Du wirst, dass es keinen Unterschied macht, wenn ihr mich teleportiert, weil das, äh, dazu gehört! Kommt schon! Alter, ich bin hier im Universum! Alter! Tja! Wenn mich ganz kurz jemanden vorm Boden teleportiert und dann in Wasser teleportiert, dann ist das in Ordnung! Ja! Ja! Ich bin bei euch auf 400 Blöcke! Boah, Alter! Tschüss! Mimimi! Mimimi! Du musst dich auf Wasser teleportieren! Du Spass! Auf Wasser! Oder du machst es sofort, wenn ich, äh, wenn... So! Hä? Könnt ihr jetzt mal bitte auch aufhören mit der Erfahrung? Ah! Au! Das ist immer wie so'n bisschen Gay-Action! Ich hab auch ne Fett auf ne Pistazie gebissen! Wie er rumsteht! Hä? Wie das einfach im Moment laggt! Boah, Kubi, ey! Ernsthaft! Ich zieh ein Kreis um dich! Ey! Ey! Ja, du nervst die ganze Zeit mit solchen Sachen verändern, dass die Challenges! Ich hätte die gar nicht, das beeinflusst die Null! Boah, ne, das war... das war über der Leckt! Ich hab meine Targa! Kann ja jetzt da fließen! Und dann gibt's ihnen jetzt Gold-Apfel-Action! Bewegt mich grad'n bisschen auf, könnte mir jemand mal bitte... könnte mich jetzt mal bitte jemand zählen, wo wir gehen zur nächsten Challenge! Ja! Nimm die Light Up! Ah, die haben wir ja auch schon geschafft! Haben wir gar nicht! Ich hab die schon gemacht! Echt? Ja, ohne Scheiß! Ich mach's so für mir das nochmal, weil die voll geil ist, aber ich hab die echt schon geschafft! Ich spring immer, wenn... WTF! LOL! Damit hab ich... das hab ich grad überhaupt nicht gemerkt, dass der Springboost kriegt! Mann ey! Weißt du, dann spring ich los und dann ist der Boost grad in dem Moment weg, ey! Äh! Äh! Ich versteh's grad nicht! Aber der... der Boost ist nur ganz kurz, ne? Ja! Ja! Loll! Ich versteh's grad echt nicht! Ich glaub, ich muss mich daneben stellen, oder? Ansonsten krieg' ich den Boost hin! Irgendwie sowas! Hä? Ich bin zu unfähig dafür! Scheiße! Loll! Hä? Ich hab zwar eigentlich gerade gar nicht auf dich geschlagen, aber auch egal! Äh! Äh! Oh! Du warst auch hier! Wusste ich nichts! Was war? Nichts! 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 Ich hab' den Fall verloren! Boah! Wallah! Ich dachte du faggit! Geh halt hoch, ey! Ernsthaft, weißt du? Will ja nicht mal hoch gehen, ne? Johnny voll kriegt immer alles ab! Es fängt wieder an! Ne ist nicht! Ah! Leck! We die Eier! Ich hab' die schon geschafft, die Challenge! Definitiv! Ich hab' wenige Frames gerade! Ich schwöre es! Ich hab' die echt schon geschafft! Ich schwöre auf Koran! Ja! Ich schwöre auf alles! Ich hab' grad 20 Frames! Was geht ab? Warum hab' ich 20 Frames nur noch? Und 1 oder 3 oder sowas? Alter! Hab' die... Bei mir läuft gar nichts mehr! Ernsthaft! Hä? 1 Frame! Hm! Loll! Keine Ahnung, was abgeht! Hä? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge! Ich muss schnell reden, weil die mich sonst 150 mal unterbrochen hätten! Julian, geh aus dem Game-Mod raus! Wag kurz mal! Achso! Achso, oh! Ich bin behindert, ich kriege die Challenge falsch rum! Egal! Fangen wir mal an! Aber die hatte ich ja wie gesagt schon geschafft! Nein! 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 Meine Nase juckt! Oh, oh! Julian ist ein scheiß Hacker! Oh, Alter! Richtig krass niesen müssen! Julian böse! Scheiße! Julian böse! Ich bin böse als Julian! Ich kill den! Weil er hat'n die Eisentügel gekillt! Potze! Sorry! Sag dafür, dass du mich geschlagen hast! Nein! Kannst du mich mal wieder teleportieren? Ey, warum?! Weil er mich geschossen hat! Ich gar nicht! Ey, Julian stinkt schon wieder! Fick dich! Ey, ich krieg euch den Bogen wollte! Kann mich mal einer TP'n, weil ich kann nicht! Hä? Dein Ernst! Nein! Fick dich! Hangar! Legt euch einen Spawnpoint oder sowas! Ja! Ich kann ja keinen Spawnpoint, wenn man keine OP-Rechte gibt! Ja, dann versuch's halt ohne! Fick dich! Mein ganzes schönes Zeug! Kannst du dich ja bitte teleportieren! Huh! Challenge geschafft! Kannst du mich mal bitte teleportieren! Äh, Leute! Hier fehlt ein bisschen was! Ja, da ist was kaputt gegangen! Wo bist denn du eigentlich? Ich bin für die falsche Challenge hochgegangen, kann das sein? Ja, hier drüben! Ja, bist du! Genau hier an der Stelle! Kann mir jetzt mal bitte jemand, äh... Da, wo Jan grad fast gestorben ist, musst du hochgehen! Oho, scheiße! Boah, Fick dich, Alter! LUL! Aua! Hör auf! Wo? Wo? Alter, macht der Damage! Uh, Facken! Deco, geh weg! Was? Wir wollen irgendwas lustiges! Mimimimi! Wir wollen wieder so'n TNT-Schwanz! Ich hab bisschen Angst! Fick dich, Nico! Ja, du kannst ja wieder hochgehen! Jan, mach auf! Aber was, wenn nicht? Warte, ich mach auf! Nein! Sprügel dir nie mal unter den Knecht! Du Hund! Komm rein, Schnee! Boah, Fick dich! Wer lacht jetzt? Aua! 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 Okay, Jan, warte! Julian war doch auch... Ah, ne, warte! Julian ist noch nicht durch! Ähm! Ja, weil du mich runtergeschossen hast, du pehnest! Ja, stimmt! Eigentlich bist du durch! Ja, komm, komm rüber! Dann darfst du ein Checkpoint benutzen! Ne, ich mach's so... Wenn ich mach, mach ich sehr ehrlich! Mach dir auch die Tür mal auf! Nee! Du scherz, seit losgelaufen und hab die Tür nicht auf... Ähm! Ja, warte! Ich kann wieder hochgekettert! Oh, du hast leckt mich! Jan, die Tür! Ich bin noch da! Wuh! Dein verrückter Ernst, Nico! Wuh! Warte, 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 warte! Verpiss dich, du Hund! Oh, das will ich sehen, das will ich sehen! Warte, 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 warte! Ich schieß den so hoch! Guck mal, ob der bei Jan dann runterkommt! Ah, nein! Ja, okay, dein Ernst! Jetzt hör doch mal auf damit! Du hast... Du hast, äh, du hast, like, Penetration Warrior! Okay, der fliegt viel zu weit! Ja, egal! Ja, ich hör euch auch mal auf damit, okay? Stimmt! Spring lieber mal! Boah! Also, ich hab ja die nächste Challenge geschafft, ne? Geil! Boah, ja! Ist doch eigentlich voll gut! Geht voll klar! Klar, wie ich losbrühe! Alter! Ja, gut, dann darf ich... Ja, hm! Hm, bitch! Warum haust du mich runter, wenn ich Julian grad runterhauen wolle? Boah, Alter! Mach die Tür auf! Warte! Mach die Tür auf! Julian! Ich mach... Ich mach die Tür auf! Hihi! Hahahaha! Gold Apfel von der Wind, Alter! Hahahaha! Boah, Alter! Jetzt lass die Tür einfach offen! Bitch, ey! Ja, geh ich hier meinen eigenen Wake zum... Wake! Mein eigener Wake! Alter! Ja, Kubi hackt halt! Mach die überhaupt nicht! Nein! Boah, wie kacke bin ich denn eigentlich? Keine Kommission! Nein! Ich hab mich runtergefallen! Scheiße! Infernales... Alter! Alter! Ich schaff den ersten Sprung schon nicht, das geht gar nicht klar! Du musst da mit Steuerung dann dran! Nein, wirklich! Mit der Shift! Mit Steuerung? Ja, mit Steuerung! Erstmal Sprinten, oder? Nein! Ich bin so schlecht gerade, Alter! Ich schaff den zweiten... Ey, John, wartest du mal, du facket! Nein! John, ey, wart doch endlich mal! Hands-Turf, ey! Ey, er macht ja einfach erst der nächste schon durch! Dann... Okay, ich... Okay, okay, ich bleib jetzt hier oben... Übel, der Mongo! Du war... Du fängst die New Exchange ganz am Anfang an mit uns! Boah, f*** dich, Alter! Ja, gerne! Äh, ne, warte! Hast du das runtergeschossen? Ja... Bleib jetzt hier an der Seite stehen, du f***t euch! F***t euch, Alter! Kommt nicht komische Musik her, Leute! Äh, es gibt Musikboxen hier überall... John, ich seh dich! Ich bin hinter dir! Ich bin wirklich hinter dir! Ich bin wirklich hinter dir! Soll ich den Bild bei Whatsapp schicken? Boah, Mann, ey! Mach das! Ey, ich komm da aufs Verrecken nicht rüber! Ich komm da beim ersten... Den ersten... Den ersten verkack ich immer! Ich bin hinter dir, gell? Du stehst genauso da... Also bleib einfach genauso stehen, dann erkennst du ja, ob das auch aktuell ist, damit du es mir glaubst, dass ich hinter dir stehe! Wieso schaffe ich den ersten und den zweiten nicht? Julia, du musst einfach weit rennen und dann bleibst du auf... Dann musst du dich an das Ding dran krallen mit... Ähm... Mit Shift halt! Okay, hab's geschickt bei kleiner 3! Ich komm... Was sind das für Geräusche, Alter? Was sind das für Geräusche, Alter?